Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren News-Video. Heute geht es um wieder mal eine Ransomware, die rumkursiert und speziell auf Fortnite-Nutzer zielt. Das heißt, die Ransomware Cirque, ihr könnt mal danach googeln, da gibt es auch noch so ein Milchprodukt, das auch ungefähr so heißt, ist eine Ransomware, die gefunden wird, weil man sich einen Fortnite-Hack runterladen möchte. Das heißt, das Ding tarnt sich über einen Fortnite-Hack und tut so, als würde man damit dann, keine Ahnung, was es genau bringen soll, Wall-Hack oder sowas, keine Ahnung, Auto-Aim oder sowas. Und anschließend hat man eben eine Ransomware auf dem Computer. Eine Ransomware verschlüsselt eure Dateien und anschließend könnt ihr diese Dateien nicht mehr verwenden. Sprich, alle eure Fotos, alle eure Videos, alle eure Spieldateien, alles ist quasi verschlüsselt. Und damit ihr eure Dateien wiederbekommt, müsst ihr Geld in Form von Bitcoin überweisen und dann bekommt ihr einen Entschlüsselungscode zugeschickt, mit dem ihr dann quasi euer Zeug wiederbekommt, sozusagen. Ja, das Ganze ist allerdings jetzt tatsächlich ein Stück weit zumindest entschlüsselt worden und zwar von dieser wunderbaren Firma hier. Und anhand von diesem Write-Up möchte ich euch gerade mal zeigen, wie man an solche Malware-Analysis überhaupt rangeht, was da alles dazugehört. Und das finde ich wirklich einen sehr schönen Write-Up und deswegen zeige ich euch den einfach mal. Ja, also zunächst einmal, was die App macht. Naja, man führt sie logischerweise aus und gibt ihr einen ganzen, ganzen Haufen Rechte, denn so ein Skript oder ein Hack braucht natürlich Administrator-Rechte, warum auch immer. Aber, ähm, ja, es verändert natürlich, gut, okay, es verändert Paket-Dateien fürs Internet, also ist es auch irgendwie logisch, dass es Administrator-Rechte braucht. Der Virenschutz wird freiwillig ausgeschaltet, weil es ist ja vielleicht eine bösartige App, das denkt man zumindest und eigentlich ist es ja nur ein Hack für Fortnite, also schaltet man freiwillig seinen Virenschutz aus und schon hat man den Salat. Zunächst einmal wird hier eine App auf webhostapp.com gepinkt, das Ding hier nämlich. Ähm, und dann werden diese Dateien von dem Hack in das Documents, äh, in den Documents-Ordner reingelegt und der Windows Defender wird sogar nochmal komplett deaktiviert und ebenso die User-Account-Control, das heißt, man hat dort dann im Endeffekt keinen Zugriff mehr auf andere Benutzer-Accounts sozusagen, ähm, um dort irgendwas dran zu machen, ähm, indem man eben an der Registry was ändert. Anschließend wird eine ausführbare Datei, die einen sehr, sehr interessanten Namen hat, in ebenfalls Documents platziert und der Verschlüsselungsprozess wird gestartet. Und, ja, ähm, hier sehen wir, wie dieser Verschlüsselungsprozess überhaupt erst funktioniert. Ähm, das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt, gemacht, also jetzt mal so aus einer, äh, anderen Perspektive betrachtet. Klar, wenn man betroffen ist, ist es alles andere als cool, aber es ist gut gemacht, sagen wir es mal so. Ähm, zunächst einmal wird natürlich nach Dateiendungen gesucht, das heißt, alles was nicht GIF, SLN, SLN sind, äh, Projekt-Mappendateien von zum Beispiel C-Sharp oder sowas, alles was DocX ist, PHP, Photoshop-Dateien, Icons, Movies, ähm, Excel-Dateien, Bilder, andere Excel-Dateien oder alte Excel-Dateien, Documents, PDFs, ähm, Sound sowieso, alles PowerPoint, Textdateien, Bilder, Bilder, Archive, nochmal Archive und Musik und Video und Videodatei ist, wird verschlüsselt und zwar mit diesem Schlüssel hier. Und das heißt, mit, ähm, einem gegebenen Schlüssel. Und hier sehen wir schon, was so eine Entschlüsselung eigentlich alles bringen kann, beziehungsweise so ein Reverse Engineering von dieser Malware, denn hier sehen wir direkt den Schlüssel, der verwendet wurde. Jetzt ist nur noch die Frage, kann man mit diesem Schlüssel auch wieder entschlüsseln? Das, das weiß man natürlich nicht so genau und welcher Verschlüsselungsalgorithmus wurde verwendet. Ähm, die Dateiendung ist dann .circ, ähm, und die wird dann quasi hinten dran gesteckt. Das ist aber völlig egal, also Dateiendung kann man verändern. Und, ähm, ja, das ist im Endeffekt genau das, was diese, was diese App hier tut. Ähm, und sie verschlüsselt dann quasi den ganzen Kram, ähm, indem sie eben diesen Schlüssel hier verwendet. So, dann wird eine start.sf.exe in Documents abgelegt und geschrieben, ähm, und die wird dann auch ausgeführt. Und anschließend, also die wiederum führt eine Datei aus, beziehungsweise eine Batch-Datei, das sind quasi die Windows-Shell-Dateien, also wenn man so möchte, quasi die Skripte, die einfach so quasi Windows-Code ausführen können. Und die wirft dann diesen Sydney-Fortnite-Hacks.exe, also die Datei, die eben ausgeführt wurde, ähm, schreibt sie in den Autostart rein. Das kann man bei Windows relativ einfach machen, indem man in App-Data, Microsoft Windows Start-Menü, Program-Startup, wenn man da was reinschreibt, dann wirft diese, ähm, wird diese Datei automatisch auch immer ausgeführt, wenn man den PC startet. Das ist ziemlich witzig eigentlich, ähm, wenn man sich das so überlegt. Und ja, dadurch wird quasi jedes Mal, wenn man den PC startet, auch diese Datei ausgeführt, damit man quasi Anleitungen hat, wie man wieder an seine Dateien zurückkommt. Verschlüsselt sind sie ja schon. Das heißt, wenn ihr einfach nur diese Datei hier löscht, dann verschwindet einfach nur eure Anleitung, wie ihr quasi eure Dateien wieder bekommt. Ähm, aber was ihr natürlich machen könnt, wenn ihr das merkt, dass das jetzt gerade am Verschlüsseln ist und ihr wollt den Schaden begrenzen, dann sofort ausmachen, irgendwie ein Linux booten oder sowas. Und diese Datei natürlich aus eurem, ähm, Autostart löschen und sowieso eure ganzen Dateien backuppen, die ihr noch habt. Joa, ähm, anschließend wird diese, ähm, wird dieses, diese start.sf.exe verwendet, um den Taskmanager auszu-, ausfindig zu machen, also quasi, dass der Taskmanager blockiert wird. Dann Procmon64 und Process Hacker. Procmon64 ist eine, ähm, eine Datei, die nennt sich, Procmon ist quasi kurz für Process Monitor. Das heißt, damit kann man schauen, welche Prozesse eigentlich gerade am Laufen sind. Und der Process Hacker, der ist, ähm, nochmal ein Open Source Tool, im Endeffekt, um auch Malware zu entdecken. Und, ja, wenn die beiden halt nicht mehr laufen, dann hat man so ziemlich die meisten Möglichkeiten eben ausgeschaltet, die man jetzt gegen eben Malware unternehmen kann, direkt auf dem System. So, dann wird natürlich, also es wird nicht sofort alles gelöscht, ähm, an Dateien, sondern es werden die Dateien erst gelöscht, wenn sie natürlich verschlüsselt sind. Das heißt, man hat danach noch alle Dateien, ne, nur eben nur verschlüsselt. Und alle zwei Stunden wird diese, ähm, wird diese Punkt-Exit-Datei, also die ausführbare Datei, einfach mal überprüfen, ob jetzt hier gerade in diesem Moment eine fertig verschlüsselte Datei zu finden ist, in Pictures, Desktop oder Documents. Und falls ja, ist die unverschlüsselte Datei weg. Das passiert alle zwei Stunden. Und, äh, ja, das ist im Endeffekt auch schon alles. Und zu guter Letzt nehmen wir hier natürlich mal, ähm, ähm, wir nehmen dann einfach quasi noch den Virus oder die Ransomware und schreiben sie auf einen USB-Stick. Das heißt, ähm, ja, wir nehmen quasi ein Bild, zum Beispiel penguins.jpg, und überschreiben das mit einer Screensaver-Datei. Das heißt, wenn man die Dateiendung angezeigt bekommt, dann, oder, also das kann man quasi einstellen im Windows-Ordner, äh, in den Ordneroptionen, dass man Dateiendung angezeigt haben möchte oder eben nicht. Und hier sehen wir dann, ähm, dass die eigentliche Datei, also penguins.jpg, überschrieben wurde mit penguins.jpg.scr, was eine Screensaver-Datei ist. Und, ja, die sind dann quasi auch verantwortlich für diese wunderbare, ähm, naja, dieses Ding hier eben. So. So, und jetzt wird's interessant. Hier macht die Mailware natürlich einen riesigen Fehler. Das heißt, wenn ihr infiziert seid oder irgendwann mal sein sollt, dann solltet, dann habt ihr damit eigentlich relativ überhaupt kein Problem. Denn der Schlüssel, den ich euch hier oben gezeigt habe, der ist nicht immer derselbe. Also der, ups, wo ist er denn? Ähm, hier ist er doch gewesen. Genau, der hier. Ähm, der verändert sich. Das ist jetzt quasi nur dieser Schlüssel für diese Art und Malware. Ähm, also für genau dieses Mal, wo sie das Ganze quasi analysiert haben. Jedoch ist das natürlich nicht immer derselbe, ähm, und die wird automatisch komplett zufällig generiert. Also wir sehen hier auch immer eine ID, die random generiert wurde. Und, ähm, ja, ihr findet hier in zwei Dateien, das heißt einmal C, Users, Default, AppData, Local, Microsoft. Als minus i plus Punkt txt findet ihr die Datei, die eure ID enthält. Also dieses xnb9c2, blablabla, das Ding hier steht in dieser Datei drin. Während in der minus pw plus Punkt txt steht tatsächlich das Passwort drin, das man zum Entschlüsseln braucht. Und das ist eigentlich auch schon alles. Ähm, und ja, ähm, im Endeffekt, selbst wenn ihr dem jetzt hier keine Ahnung wie viele tausend Euro...